Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Der Telestammtisch ist ein Audio-Podcast, hier treffen sich ganz viele Menschen und unterhalten sich über Filme und praktischerweise unterhalten sich über Filme, die jetzt ganz aktuell in die deutschsprachigen Kinos kommen, denn wir besprechen fast alle Kinostarts und fast alle heißt eben nicht nur die großen Blockbuster, sondern eben auch die meisten Dokus und kleineren Indie-Filme, egal ob national oder international. Wir versuchen an alles vorab ranzukommen und zu besprechen und freuen uns übrigens auch immer über neue Kolleginnen und Kollegen. Die Gelegenheit nutzen ganz aktuell doch wieder viele neue Leute, wir haben nicht ganz zehn neue Kolleginnen und Kollegen mit an Bord und da könnten demnächst noch ein paar ganz tolle neue Stimmen auf euch zukommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Redaktion jetzt in den nächsten Monaten präsentiert. Ihr könnt jetzt erstmal reinlauschen, was wir gesagt haben zu The Secret, einem Film, der ganz aktuell eben in den Kinos anläuft und auf einem Buch, glaube ich, basiert. In dem Fall sind es die Kollegen Max und Stu gewesen, die den Film vorab sehen konnten und für euch besprochen haben. Im Anschluss gibt es die Besprechung eines Films, der hätte nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen können. Der Titel ist Pandemie und naja, könnte sein, dass es gerade ein ganz aktuelles Thema ist, den sich in dem Fall Benne, Patrick und Till gewinnt damit haben. Pandemie, ein asiatischer Film, da geht es natürlich um den Ausbruch eines Virus und wie dann entsprechend Menschen reagieren. Auch das will ich jetzt unbedingt mal gehört und vor allem auch gesehen haben. Ich wünsche euch viel Spaß und zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Dokumentarfilms Sein. Und ich glaube, bei Sein geht es so ein bisschen um Sinn und Zweck von Leben und was man eigentlich so damit anstellen möchte. Nichts Genaues weiß ich nicht, im Gegensatz zu den Kollegen Christopher und Werner. Die beiden Hübschen haben sich den Dokumentarfilm für uns gegeben und für euch ausgiebig besprochen. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload. Ich würde mich ebenso freuen, wenn ihr mal im Blog vorbeischaut unter tele-stammtisch.de könnt ihr den finden. Ja, wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, bewertet uns bitte noch auf Apple Podcast, FIT, Facebook, Google.de, Podcast.de und vielen weiteren Plattformen. Machen so Bewertungen für Podcasts total viel Sinn. Ich habe übrigens entdeckt, dass ich in meinem Podcatcher, in dem Fall nutze ich übrigens privat, auf einem Android-Gerät die Podcatcher Podcast Addict. Und auch da gibt es eine Community, da kann man eben auch bewerten, rezensieren heißt es dort. Und das habe ich auch schon getan. Vielleicht wollt ihr das ja auch mal machen. Yo, 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 ich wünsche euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, und ich werde heute über diesen Film reden und ich bin so froh, dass ich jetzt nicht alleine muss. Nämlich der Max ist noch da. Hallo Max. Hi. Jetzt stell dir mal vor, du müsstest da wirklich so ein Solo-Cast dazu machen. Ja, ich habe sogar schon eine Art Fazit für den Film gefunden. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben, weil dieser Film, also ich finde dieser Film ist ja ein bisschen perfide, weil so von außen betrachtet, denkst du halt wirklich, der kommt, das ist halt wieder so eine Nicholas Sparks Verfilmung. Weißt du, sie liebt ihn, er liebt sie, Irrungen, Wirrungen, alle sehen ganz toll aus, am Ende die Happy End, Küsschen, Küsschen, Abspann, fertig, ist gut, Ende. Aber das Sekret, wenn du absichtlich falsch, ist ja eine Buchverfilmung. Und zwar gab es vor einigen Jahren so ein Hype-Buch namens Das Sekret oder Das Sekret von Rhonda Burns. Ist dir das Buch mal im Buchladen aufgefallen? Es ist übrigens sehr lustig, dass du genau mit dieser Frage einsteigst. Wir haben uns nicht aufgesprochen, denn dieses Buch, also ich kann mich echt nur daran erinnern, und jedes Mal, wenn man dann irgendwie im Zug gefahren ist oder vorher, man war irgendwo in so einer Bahnhofs, wie heißen diese Teile, Buchhandlung, genau, wo man Magazine kauft und sieht, überall lag dieses Scheißbuch aus, mit diesem hässlichen, potthäßlichen Cover, mit diesem ekelhaften Siegel und diesem billigen Brief, Piratenpapier, Pergament, Scheißdreck, ich hab nicht gewusst, um was es geht. Ja genau, das ging mir auch so. Also ich dachte immer wirklich, ah, das ist halt irgendwie so ein Fantasy-Ding, weißt du? Genau, genau, genau. Und ich habe wirklich erst, nachdem ich den Film geguckt habe, wirklich recherchiert. Und dann habe ich erfahren, das ist kein Fantasy-Roman, das ist überhaupt kein Roman, das ist ein Sachbuch. Und eben dieser Rhonda Burns. Hast du die dann auch mal gegoogelt? Nein, ich habe mich nicht getraut. Ich glaube nämlich, da würde ich einen Abgründer eintauchen, uh, da hätte ich glaube ich ein bisschen Angst. Also, nur ganz kurz, muss ich noch einwerfen, bevor wir dann mit dem Film starten. Kennst du noch diese, wie hieß die, Uriella, die von, wie heißt die, Fiat Lux oder sowas, so eine Sekte, die sich nur von Licht ernährt hat? Nein, aber... Es ist sowas wie eine blonde Form von ihr, diese Rhonda Burner, also mit natürlich auch schon drittes Auge an die Stirn geklebt und ganz viel, äh, so Spiri, also die schaut halt aus wie eine, wie eine blondierte Spiritistin. Ja, okay. Und das ist sie wahrscheinlich auch. Ja, vermutlich. Ich war auf jeden Fall, äh, also ich wusste, es war ein Sachbuch, das wusste ich, bevor ich den Film geguckt habe. Und dann dachte ich mir, also meine erste Frage war, wie macht man denn jetzt aus einem Sachbuch eine Romanze? Okay, ja, diese Frage kannst du mir wahrscheinlich beantworten, denn du hast es rausgefunden? Nein, nicht wirklich. Ich, ich hab das Buch nicht gelesen und nachdem ich den Film gesehen habe, jetzt absolut, äh, egal, ob der jetzt wirklich nah am Buch ist oder nicht, ich werd das Buch auch nicht lesen, ja, ich möchte sowas nicht unterstützen. Nee. Also kein Geld für Rhonda Burner. Hat sich eh genug, weil da gab's jetzt zig Nachfolger und Nachahmer und die waren alle auch erfolgreich. Die haben auch gute Titel, The Power, glaub ich, und... Ja, aber das Sekret war halt am Anfang... Eben, am Anfang war das Sekret. Genau. Ja, ähm, sie haben relativ, sie haben es relativ einfach gemacht, sie haben halt so eine typische 0815-Romanze genommen, aller Niklas Sparks und der Film sieht aus wie Niklas Sparks, über weite Strecken fühlt er sich an wie Niklas Sparks Film. Der riecht sogar wie Niklas Sparks. Der riecht sogar nach Niklas Sparks, ja. Und haben da aber diese, ich nenne es mal Philosophie, diese Botschaft von diesem Sekret da eingefügt. Und ich war ja dann schon ein bisschen, ja, nicht nervös oder aufgeregt, aber ich war schon gespannt, was ist denn jetzt diese Botschaft, die dazu geführt hat, dass dieses Buch milliardenfach verkauft worden ist. Was ist denn das? Was möchte der Film mir sagen? Und als der Film dann mit seiner Botschaft um die Ecke kommt, war das so ein Moment der Erleuchtung bei mir, weil da wurde mir wieder klar, Gott, man kann echt mit scheiße Geld machen. Ja, und das ist tatsächlich die Botschaft. Du musst Leute finden, die verzweifelt sind, die im Grunde genommen nach dem Sinn des Lebens suchen, welcher völlig überbewertet ist. Der Sinn des Lebens. Mensch, Leute. Übrigens, den besten Sinn des Lebens erfährt man am Ende vom Monty Python Sinn des Lebens. Genau. Und wenn du dann jemanden gefunden hast, der ihn auf dem Sinn des Lebens sucht, aber ihn noch nicht gefunden hat und dem immer ganz, ganz schlimme Dinge passieren, dann geht es darum, denk positiv. Wende dich ans Universum. Sende deine Wünsche aus. Ja, also um es mal herunterzubrechen, ist die Philosophie laut wie folgt, denk Gutes, damit ihr Gutes wieder erfahren. Genau. Amen. Amen. Und das, Gott, ich weiß gar nicht, ich finde keine Worte, um auszudrücken, wie bescheuert ich das finde. Ja, ich auch nicht. Das ist, vielleicht bin ich einfach, ich bin ein schlechter Mensch. Wahrscheinlich bin ich ein schlechter Mensch. Ich bin ein ganz schlechter Mensch. Wir sind vielleicht einfach zu pessimistisch und realistisch. Ja, irgendwo auf, ich finde es auch immer schlimm, wenn dann, also erstens mal, ich hasse Kalendersprüche. Okay, das ist Nummero Uno. Der Film ist voll mit Kalendersprüchen. Oh ja. Katie Holmes und Josh Lukas tragen die zehn beliebtesten Kalendersprüche im Jahr 2019. So in etwa ist der Film. Dann haben wir, haben wir noch auch dieses, du kannst alles werden, was du werden willst. Du musst dich nicht anstrengen, du musst bloß fest daran glauben. Das ist Bullshit. Das stimmt nicht. Du kannst überhaupt nichts werden, wenn du nicht übst. Und man sollte seinen Kindern sowas auch nicht beibringen. Es kann nicht jeder alles werden. Manche Sachen sind einfach scheiße. Warte mal, Max, willst du damit sagen, ich kann nicht eine prima Ballerina werden, am russischen Ballett tanzen? Nein, Stu. Wobei ich es dir noch eher zutraue als vielen anderen, denen es verkauft wird. Also, ich weiß nicht, diese, die, oh Gott. Und dann, es stellt sich bei mir dann auch nie, nach dem Schauen solcher Filme, stellt sich bei mir auch nie mehr die Frage, wie Trump-Präsidentin der USA werden konnte. Weißt du, was ich aber total perfide finde beim Film? Dieser Bray, gespielt von Josh Lucas, ist ja derjenige, der dieser Familie, angeführt von der Witwe, gespielt von Katie Holmes, hilft. Und das ist ja der, der diese Philosophie ihr Leben bringt und ihr zeigt, sie funktioniert. Und was ich wirklich total perfide finde, ist, dass der dargestellt wird als erfolgreicher Uni-Professor. Ja. Und das finde ich, weißt du, diese Aussage, schau her, selbst ein Professor finde das richtig. Finde ich, ah, das finde ich sehr verwerflich. Ja, aber da, ich weiß gar nicht, also da bin ich jetzt wieder, kannst du, machen Europäer, machen sowas. Das ist eben die Frage, glaubst du, dass irgendwann mal ein französischer Film daherkommt und ein Professor in so eine Schale steckt? Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Das muss man sagen, dieser Bray sieht halt aus wie Mr. Perfect, der nachmittags Rodeo reitet erfolgreich, abends den Kindern die Geschichte vorliest, ja, und am späten Abend mit Mutti und einem Glas Rotwein noch gemütlich im Schaumbad sitzt. Und den Walfang. Und Walfang. Vernichtet, keine Ahnung. Also das ist ein Superman. Also das muss man sagen, sämtliche Figuren in diesem Film sind so realistisch wie Donald Duck. Ja, wobei das eine Beleidigung für Donald Duck ist. Ja, das fällt mir viel grad nicht. Also ganz ehrlich, Figuren wie Thor und Captain America sind realistischer als die Figuren, die man hier sieht. Ist das so besser? Es spielt aber eine Sache, ich muss natürlich noch mitgrüßen an Pascal, Jerry O'Connell spielt mit. Ja, der Film geht ungefähr 150 Minuten. Heißt der eigentlich Chris O'Donnell oder Jerry O'Connell? Ich verwechsel die immer. Chris O'Donnell und Jerry O'Connell. Und man muss dazu sagen, dass Jerry O'Connell, glaube ich, eine Screen-Type von 10 Minuten hat oder so. Und unglaublich schlecht spielt. Und ungelogen, die spielen nur alle scheiße. Ja, die spielen alle unglaublich grottig. Ich glaube, ich kenne da keinen einzigen. Selbst die Straßenlaternen haben schlecht gespielt. Ja, das sieht alles so fake aus. Das sieht alles so nach Plastik aus. So nach, ich weiß nicht. Also ich habe nichts gegen romantische Filme. Aber das ist halt so eine Art von Romantik, die finde ich einfach widerlich, weil die riecht halt so nach Sakrotan. Ja, und überhaupt, das sind so diese Fischerstädtchen, die dann immer in irgendwelchen Tornado-Gebieten sind. Die gibt es auch hunderttausendmal in diesen Filmen. Die sind dann immer in irgendwelchen Fischstäbchen. Fischstäbchen. Die spielen in Fischstäbchen. Und dann sind so die ersten Szenen, wie irgendwas aus dem Kutter aus dem Hafen gebracht wird. Dann hast du immer Wetter vorher sagen, ein Sturm wird kommen, alles wird böse. Die sammeln dann ihren Hummer ein. Dann ist alles idyllisch. Und das ist immer das Gleiche. Überall in jedem Film, der diese Kategorie hat, sind sie in irgendwelchen blöden Fischerstädtchen. Als ob es nichts anderes gäbe als Fischerstädtchen. Fischerstädte. Es ist so überlaufen. Ich glaube ja tatsächlich, dass es wirklich in Wahrheit in den USA nur ein so ein Fischerstädtchen gibt. Und dann drehen die auch immer die ganzen Filme. Die haben da sogar Serenity in diesem Film gedreht. Wie hieß der mit Matthew McConaughey? Im Netz der Versuchung, glaube ich. Im Netz der Versuchung. War Fischerstädtchen. Da sind sie auch mit dem Homa rumgelaufen. Wobei, ganz ehrlich, dieser Serenity mit Matthew McConaughey, ich habe den ja gesehen und auch beim Teleschirm besprochen, das war in Anführungszeichen kein guter Film. Aber der hatte halt so ein paar Aspekte, die fand ich unglaublich interessant. Bei dem Film, also bei Sekret, gibt es zwei Sachen, die mir hängen geblieben sind. Das eine ist halt so eine typische, lahmarschige, verkotzt kitschige 98-15-Romanze. Und das zweite, sie verkauft halt wirklich diese Philosophie aufs Elendste. Und das finde ich sowieso ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, die ganze Welt dreht durch. Ja. Nicht erst seit Corona. Und ich habe mal vor ein paar Monaten, da kam es auf Netflix, The Goop Lab gesehen. Von und mit dem Pell Show. Oh Gott. Da habe ich mir wirklich zwei Folgen angesehen und ich konnte nicht fassen, dass es wirklich Leute gibt, die sowas glauben, sowas unterstützen, sowas abfeiern, sowas als esoterische Revolution feiern. Ey Leute, ich bin kein esoterischer Mensch, ja, Esoterik, wenn es euch was bringt, ist gut, aber es gibt halt wirklich auch eine Grenze und ich finde, die wird halt zu oft durchbrochen. Ja, das ist dann aber diese, also wo du das jetzt ansprichst, da bin ich dann gleich weiter mit meinen, wie in alten Westernfilmen, die Leute, die dann irgendwelche Elixiere verkaufen, wo sie praktisch ihren Badewanneninhalt an irgendwelche Idioten verkaufen, Rednecks. Genau so eine Scheiße ist das. Das ist die moderne Form des Badewannen-Elixiers von Dr. Mobombo, keine Ahnung, Dr. Jack Mobombo. Du kannst es ja rausschneiden, aber ich finde es ganz okay, dass du das sagst, weil du ja für HSI 25 arbeitest. Nee, das ist, das ist wieder was anderes. Also, ich finde es halt wirklich schwierig, weil, wenn diese, Philosophie nicht wäre, dann wäre halt Sekret einfach nur eine schlechte Romanze und gut ist. Gibt es viele von, es gab schon davor schlechte Nicholas-Baggs-Wahr-Filme und andere, sei es drum. Wer damit seinen Spaß hat, bitte. Aber so finde ich es echt schwierig, ein bisschen widerlich. Es ist schon fragwürdig, wenn du das irgendwie so verkaufst. Ich meine, die Frau, also jetzt wollen wir vielleicht mal ganz kurz, mir ist, glaube ich, noch gar nicht auf den Inhalt eingegangen. Ganz kurz gibt es, es gibt ja auch eine Handlung und nämlich Katie Holmes widerfährt nur Böses in ihrem Leben. Wäre sie mal zum Kurs geblieben, ne? Schulden hat sie bei der Bank, dann hat sie, ähm, ach ja, sie ist Witwe, ganz, ganz zu Beginn. Und, ähm, jetzt ist noch irgendwas, ach genau, sie hat Zahnschmerzen und das kostet ziemlich viel und dann kommt auch noch ein Sturm und der Baum reißt ihr ein Riesenloch ins Dach. Ja. aber dann, aber dann. Super negativ. Und dann kommt eben Josh Lucas als Bray... Johnson. Bray Johnson und, äh, ja, lernt ihr, na, weiß ich nicht, lernt ihr überhaupt was? Er tritt halt mit gutem Beispiel voran, ne? Er repariert ihr das Dach, er, weiß ich nicht, reißt ihr die Zähne aus, keine Ahnung, wenn man diesen Film ein bisschen anders schneiden würde, ein bisschen musikalisch was verändern würde, hätte man erst rein Psychofriller, wo einfach so ein Typ einfach ankommt und sich in diese Familie reindrängt. Rein stalkt, ja, genau. Und dann, keine Ahnung, sitzt er am Tisch und frisst ihn die Pizza weg. Oh, komm, ey, die Pizza-Szene, das war so das Erste, wo ich echt dachte, ey, Leute, ihr wollt mich doch echt verarschen. Die kann man übrigens im Trailer sehen. Also, Pizza-Szene gibt es im Trailer. Okay, kurz zur Erklärung, ja, also ein Sturm wütet, ja, und die Melinda, so heißt Candy Holmes-Figur, und ihre drei Kinder, ich glaube zwei Mädels und ein Junge, haben halt Kohldampf und der Bray ist auch dabei, weil er hat halt geholfen und es ist schlechtes Wetter, bla, 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 jada, 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 so. Leider gibt es eine Mikrowellenfraß und die Kinder so, aber Mama, wir hätten jetzt gerne eine Peperoni-Pizza und Mutti sagt so, haltet die Fressen, ihr habt gegessen, was auf den Tisch kommt. Und dann sagt Bray sowas wie, ja, ihr müsst aber jetzt nur, also, fokussiert euch, glaubt, dass die Pizza kommt und dann werdet ihr auch Pizza bekommen. Und dann klingelt es an der Tür, ein Regen durchs Nächste Pizza-Brot steht davor und drückt ihr eine Pizza in die Hand, die von Jerry O'Connor geschickt worden ist. Der spielt ihren Chef, also Melindas Chef und ist in sie verknallt. Auch, nee, Lebenspartner ist er, glaube ich, dann. Er ist sogar Lebenspartner. Ist das schon Lebenspartner? Okay. Ich weiß nicht, die küssen sich ja immer, wenn sie sich sehen vorher. Das könnte natürlich auch ein ganz creepy Verhältnis sein, was er zu seinen Angestellten hat. Das weiß ich nicht. Vielleicht kommt da auch ein Hormonismus mit ins Spiel. Zwei Psychopathen. Ja. Oh Gott. Das wäre was. Das Sekret. Katie Holmes so als Frau gefangen in so einer vielweiberischen Sekte. Und die zwei Sektenführer, gespielt von Jerry O'Connell, der halt wirklich vielweiberer ist, und dem anderen, der mehr oder weniger so ein spirituelles Wesen ist und Pizza telepathisch bestellen kann, die kämpfen um ihre Gunst. Ja. Also klingt jetzt schon besser als der Film, den wir jetzt gesehen haben. Also kann man nicht anders sagen. Das wäre fast von der Sekret zwei. Jetzt wird zurücksekretiert. Was auch total verhunzt worden ist, das erste Mal, wenn er mit dieser Bray Johnson auftaucht, will er ihr so einen Umschlag überreichen. Und das tut er aber dann nicht. Das habe ich glaube ich irgendwie übersehen. Wollte ihr den wirklich überreichen? Oder lag der immer nur vom Kameramann sehr verheißungsvoll in die Mitte des Bildes genommen auf der Ablage im Auto? Mhm. Nee? Er hat ihn mal in der Hand. In der ersten Szene, in der man ihn wirklich sieht, da ist er an ihrem Haus, aber das tut er so da. Ach so, da hat er es in der Hand, genau. Genau. Und er telefoniert ja auch immer wieder mit seiner Schwester. Und sie fragt ihn dann auch immer mal wieder so, hast du ihm den Umschlag gegeben? Nein, ich konnte noch nicht. Das ist noch nicht die richtige Zeit. Die Schwester war auch irgendeine Laiendarstellung. Ich wusste ja am Anfang übrigens überhaupt nicht, ob das eine Schwester ist oder die Ehefrau, die er betrügt. Ich glaube, dass man mit der Schwester wird später auch mit dem Mann erwähnt. Ja, ich glaube so zehn Minuten vor Schluss. Aber ganz ehrlich, solche Männer wie Bray Johnson, die betrügen keine Frauen. Ja, erstens mal betrügen die keine Frauen und zweitens mal, wenn sie es machen würden, dann mit deren Einverständnis. Ja. Weil die sich sagen, bevor er mir wegläuft, dieser Kerl. Ja, aber diese Pizza-Szene hat mich dann auch an die Kinder bei Birdemic irgendwie ein bisschen erinnert, die kein Seegras essen wollten, sondern lieber ein Happy Meal. Ja, ich meine, sie haben ja gerade ihre Kinder verloren, also bei Birdemic. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Hört unseren Audiokommentar dazu beim Tierhaus. Ja, ich muss auch sagen, ich habe ja ein paar Tage vorher für den Telehorst X-Drummer nochmal gesehen. Und der ist ja schon sehr speziell. Ja. Ich habe mich aber nach Sekret noch viel schmutziger und schuldbelasteter gefühlt als nach X-Drummer. Das ist ja ein Sekret. Ja, wirklich. Das kommt ja aus einem anderen raus und bedeckt dich. Also das war, es war ein Es tut mir übrigens leid, mein Nachbar ist gerade auf dem Balkon und macht da irgendwas bei der Baumaschine. Es tut mir leid. Das ist egal. Das tut diesem Cast hier keinen Abbruch. Ansonsten, was kann man doch noch sagen zu dem Film? Also er ist inhaltlich fragwürdig und total platt. Er ist darstellerisch, nicht der Rede wert. Nee. Er sieht halt aus, ja, gefilmter Sakrotan. Alles sieht so, ganz ehrlich, selbst dieses Haus, sie hat ja kein Geld und die Schränke fallen auseinander, selbst dieses Haus, ey, es gibt Leute, die würden da mit Freude ihren Urlaub drin machen. Ja, und ich muss dann auch sagen, als der Baum dann reinrödelt in, in, oben, in, ins Dach, ne, das Baum sieht danach, äh, das Baum, der Baum, der, der, das Haus sieht danach nicht sonderlich schlimmer aus als diese Hobbit-Behausungen in den Heer der Ringe. Da ist zwar ein bisschen Gras mit drin und der Baum schaut halt dann da oben durch, aber fuck it, komm, äh, ja gut, es ist Wasser überall. Scheiße, weiß, ob sie es nicht gewohnt werden. Überhaupt, die wohnen dort und Jerry O'Connell meint dann, ja, ja, alle fünf Jahre kommt dann irgendwann mal ein Sturm und reißt uns alles nieder. Ja, dann zieh doch weg, Mensch. So ne Scheiße. Was ich, was ich übrigens auch, äh, bei meiner Recherche auch ein bisschen seltsam, also nicht seltsam, aber fragwürdig fand, äh, wie dieses, dieser Hype, nenne ich es mal, um das Sekret halt, äh, Fahrt aufgenommen hat, weil, diese Rhonda Burns hat zuerst nun einen DVD veröffentlicht, wo sie halt ihre Philosophie, ich, ich weiß gar nicht, ich such grad ein anderes Wort für, für Philosophie, weil Philosophie klingt nach etwas, was ich ernst nehme. Ja, dann, ihre Botschaft, ihr Hokus Pokus, ja, wo sagt ihr, also ein DVD, und diese DVD wurde tatsächlich promotet, weil sie es so toll fand, von Oprah Winfrey. Und Oprah Winfrey hat ja echt, auch diese Dingsbums, wie heißt der, äh, äh, Wrinkle in Time gemacht. Ja, ich mein, das war einfach ein schlechter Film. Ja. Mehr nicht. Ja, natürlich ist, ja, aber, ich find das, ich find das halt echt schwierig. Ich mein, was man vielleicht auch dazu sagen muss, der Film hat 21 Millionen Budget. Okay. Hab ich geguckt. Man darf nicht vergessen, dass Rhonda Burns sie mitproduziert hat. Ja, vielleicht ist das ihr Sargnagel, danach kommt, warum ihr, äh, auf das, hey, stell dir mal vor, die macht ja echt unglaublich miese mit dem Film. Aber, leider glaub ich das eben nicht, da laufen hundertprozentig genug Leute in die Kinos, ja, das ist jetzt ein bisschen schwer in Amerika, in die Kinos zu laufen. Ja, also ich weiß auch gerade nicht, wann er in Amerika läuft. Ich glaube, in Amerika hat er keinen Staat. Hier läuft er ja wirklich regulär in den Kinos und ich glaube, der wird hier genauso viele Zuschauer erreichen, als wenn er, als wenn kein Corona wäre. Ja, aber das, das wäre dann was wahrscheinlich für Leute, die, keine Ahnung, verzweifelte, 50-jährige, zweifach geschiedene Frauen ausbeuten wollen. Also, Heiratsschwindler, seid auf der Hut, ihr müsst jetzt einfach nur vor dem Kino warten. Ja, also ich glaube wirklich, dass das Erfolg wird, zumindest später auf DVD, zumindest, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die sich dieses Secret geholt haben und nicht enttäuscht waren, dass es kein Piraten-Fantasy-Roman war, sich wahrscheinlich auch in diesem Film zu gucken, angucken werden. Ich glaube, wir sollten mal zum Fazit kommen. Bin gespannt, welche vier Punkte du gibst. Ich würde gerne was vorlesen von meinem Fazit. Ja, bitte, bitte. Also, wenn der milde Herbstwind die bunten Blätter zärtlich durch die Straßen treibt, der blaue Himmel Wolken zu Herzen formt, der Duft der letzten Sommerblumen, wer eine sanfte Melodie durch die Gärten schwebt und man selbst draußen auf der Veranda sitzt, benebelt von einem Cocktail aus zu vielen Valium und Schal im Dosenbier, dann, ja dann ist das Sekret wahrlich ein romantischer Hochgenuss. Ansonsten älter wie Hölle. Ich gebe 0,5 Punkte von 5. 0,5? Ja. Also ich würde gerne, ja, kann ich irgendwie Punkte zurückbekommen? Ne, ich gebe auch 0,5, weil 0 geht ja nicht. Und, äh, also es niedrig, ich gebe das Niedrigste, was man geben kann. Ja. Und wähle ihn jetzt schon in die Flop-Ten meines Jahrzehnts. Uh. Das kommt nicht. Aber komm, wir beide haben noch letzt, ich weiß gar nicht, welcher Cast zuerst draußen ist, aber wir haben noch letztens einen Cast gehabt zu einem Film, wie wir ganz klar sagen, es ist einer der besten Filme des Jahres. Da ist es ja nur fair, dass wir jetzt unter anderem noch einen der schlechtesten Filme haben. Ja, ich meine, das ist halt das Universum. Das ist halt das verfickte Universum. Mal hast du begleimt, mal hast du das Sekret. Wer weiß schon, wo du, wo du das nächste Mal bei einer, oh Gott, die Leute, die bei einer Sneak Peek drin sitzen und den Film angucken müssen. Aber ganz ehrlich, Max, wir sind es ja auch selbst schuld gewesen. Wenn wir einfach vorm Filmstart gesagt hätten, dieser Film wird gut, ich denke daran, dass dieser Film gut wird, dann wäre er auch super gewesen. Wir sind einfach schuld, wir haben versagt. Ja, also, scheiß aufs Universum. Ja. Ich denke jetzt an Pizza, ich habe Hunger. Mal schauen, ob die kommt oder ob ich verhungere. Das nächste Mal werde ich verabschuldet. Wir verabschuldet hier mit unserem langjährigen Redakteur Maximilian Rauscher. Er ist in Hungertod gestorben. Der beim Denken an Pizza verhungert ist. Ah. Ja, du. Ja, Max. Es war mir auf jeden Fall eine große Freude, mit dir über diesen Film zu reden. Und ich glaube, wir waren zu milde. Ich glaube auch, ich glaube, wenn wir noch ein bisschen mehr Elan gehabt hätten, dann hätten wir das noch bestimmt doppelt so lang machen können und wirklich dann noch ein bisschen härter auf Frau Burns und ihre Hokuspokus, Tradalach-Geschichte draufhauen können. Ja. Ich hoffe auf rege Kommentare von Esoterikern. Ich freue mich drauf. Ja, bitte. 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 Schmeißt uns gerne mit Kristalln und Globeli. Richtet euer drittes Auge auf uns. Es hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, über den Film zu reden. Es hat mehr Spaß gemacht, über den Film zu reden, als zu schauen. Ja, werden wir wiederholen, oder? Du gehst doch irgendwie nächste Woche in die BV von IST Believe, oder? Ja, der sah auch ganz verheißungsvoll aus. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ab heute seist du bekannt als Masomax. Ja, oh Gott. Das war streckenweise auch schon vorher. Ne, ich mache das ja gern. Ich mache das ja gern. Okay, gut. Dann verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuhören und überlasse dir die letzten Worte. Ja, dann sage ich einfach nur auf Wiederhören und bis bald. Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch. Wir besprechen heute den mehr oder weniger fantastischen Film, vielleicht, der sich Gumgy im Original nennt, Pandemic oder Pandemie bei uns hier in Deutschland. Mit wir, das bin einmal ich, der Esel nennt sich wie immer zuerst, Till und Benedikt und Patrick. Grüß euch. Hi, grüß dich. Moin. So, ja, der Film. Bevor wir starten, allzu lange wird es vielleicht nicht dauern, je nachdem, wie viel wir uns aufregen und diskutieren, worum geht es? Ja, inhaltlich geht es in Pandemie um ein, ja, Virus, welches sich in Südkorea ausbreitet aufgrund etwas, was auch heute in unserer realen Gesellschaft ein Thema ist, zumindest global betrachtet, wegen illegaler Einwanderung, breitet sich in Südkorea beziehungsweise in einem Vorort von Seoul ein Virus aus und droht die ganze Welt zu, ja, umgarnen, umschlingen, zu infizieren und auszurotten und das ist eigentlich wirklich die ganze Geschichte, um die es sich dreht. Wir haben zwei, drei Protagonisten, auf die jetzt einer von euch, glaube ich, zu sprechen kommt und ich bin gespannt, inwieweit jetzt dann auch gleich die Diskussion ausfallen wird. Patrick, Patrick, hau rein. Wer macht mit? Also, wir haben hier zwei Rettungseinsatzleute, einer rettet am Anfang eine Frau namens Sue A.E. oder wie auch immer, er guckt ihr am Anfang unter den Rock, denkt, er hat jetzt einen gechillten Tag und dann finden sie etwas später einen Container mit Einwanderern und einer davon ist natürlich der beim Husten und er fragt, bist du krank? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Meisterregisseur. Wir kennen ihn alle. Kennst du nicht Kim Sung Soo? Also bitte. Eben, der hat Asura gemacht. Kenne ich nicht. Musa kenne ich auch nicht. Restless. Habe ich glaube ich schon mal gelesen. Ja, weiß ich nicht. Das ist tatsächlich, wie gesagt, also es ist hier, es ist ja Südkorea, ich habe direkt hier geschrien. Und nun, es ist vielleicht nicht so ganz das, was man aus Südkorea erwartet, gerade das, was man in letzter Zeit so gesehen hat, als Paradebeispiel jetzt Parasite. Das sind vielleicht so zwei Dinge, weshalb das Ding gedroppt wurde. Einmal erst aus 2013 und das wusste ich am Anfang gar nicht. Und ich habe ihn erst nicht gefunden, weil er auch unter dem Namen Pandemie gar nicht gängig ist anscheinend. Und er wurde einfach jetzt ins Deutsche, für das deutsche Kino am 13.8., Entschuldigung, am 6.8., helft mir mal kurz. Ich habe zwei zwei Filme zu gucken. 16. Juli war es. Das Release-Datum meinst du jetzt, ne? Ja. Das war der 16. Juli, also 16.7., meine ich. Ist der doch offiziell released worden, oder nicht? Ne, im August kommt der raus, glaube ich. Wir sind perfekt vorbereitet. Das kann auch, kann auch, kann auch, kann auch wegen der Pandemie jetzt verschoben worden sein. Ja, 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 genau. Aber mein aktuelles Verstand. Das ist vielmehr alles ein bisschen schwer, was die Recherche angeht tatsächlich. Deswegen stock ich hier jetzt gerade so. Ja, er kam 2013 raus und jetzt haben sie sich gedacht, geil, Corona ist am Start. Wir bringen unseren Film, der so heißt wie das, was gerade in der Welt passiert, einfach mal raus. Und hoffen auf ein paar Tickets hier irgendwie, die verkauft werden. Ja, ganz kurz. Ich, wie hat er euch gefallen? Fangen wir mal so an. Wenn ich mich einschalten darf als erstes, ist es ja schon ziemlich bemerkenswert, dass die Bush Media Gruppe sich die Vertriebsrechte für diesen Film, der zu Deutsch übersetzt eigentlich die Grippe heißt, also aus dem Originaltitel Gumgi, die Übersetzung wäre einfach nur Grippe oder im Englischen dann The Flu. Und die vertreibt den Film jetzt unter dem Titel Pandemie. Da muss man natürlich schon ein richtiges Marketing-Genie sein, um auf diese Idee zu kommen. Vor allem, wenn man jetzt einmal sich auf die Handlung besinnt, die an sich ja überhaupt nicht den Eindruck und das Gefühl einer Pandemie vermittelt. Wir sind ja die ganze Zeit nur in diesem Vorort von Seoul, haben überhaupt keinen wirklichen Bezug auf die Welt, die uns dieser Film präsentiert. Wir haben hier und da Amerikaner, die mit von der Partie sind und die Regierung von Südkorea zu unterstützen, gedenken. Ob sie das am Ende des Tages tun oder nichts sei dahingestellt. Und das ist der einzige Bezug zur Welt in diesem Film. Und das ist ziemlich schwach. Damit führt er den Titel und die Bedeutung des Wortes Pandemie eigentlich auch ad absurdum, weil er an sich ja nur ein epidemisches Bild nämlich zeichnet, aber diesen globalen Umfang vermittelt aufgrund des Titels. Und das ist natürlich reines Marketing und ist massives Irreführen des potenziellen Zuschauers. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Tatsächlich. Es ist nicht nur das. Im einen Moment will er total lustig sein und im nächsten Moment will er dich dann tatsächlich schocken. Also auch diese Mischung, die hier präsentiert wird, ist irgendwie etwas unausgegoren. Es gibt ja tatsächlich ein paar Stellen, die wirken. Wenn zum Beispiel im Supermarkt alles abgeschottet wird und die Leute da unter sich eingesperrt sind und da die Panik ausbricht, wenn da die ersten Leute schon Symptome zeigen und natürlich gerade in dem Moment die Tochter von der Hauptdarstellerin unter größten Stress gesucht werden muss. Ja, das stimmt. Oder wenn dann besagtes Einkaufszentrum komplett verbarrikadiert wird. Dieser eine Typ vom Rettungsdienst versucht, die Menschen zu befreien und aus heiterem Himmel sein Kollege vom Rettungsdienst mit einem Schneidbrenner und Säge oder was die da haben vorbeikommt. Dann ist das schon arg gewollt und konstruiert. Und was ihr zu Anfang schon gesagt hattet, also die Synchronisation ist ja mal, die stinkt ja zum Himmel. Das ist richtig, richtig schlecht. Am Anfang dachte ich mir auch stellenweise, dass es hier und da Szenen gab, wo man wirklich auch ohne Slow-Mo-Einlagen gesehen hat und hätte erkennen können, dass es da sogar nicht gerade mal Lippensynchron gewesen ist. Also da haben teilweise noch die deutschen Offs-Sprecher sozusagen ein, zwei Sekunden weitergesprochen. Also ein, zwei Sekunden ist übertrieben, aber so gefühlt mindestens eine halbe bis eine Sekunde, während die Lippen sich schon gar nicht mehr bewegt haben. Da wusste ich schon, okay, das wird jetzt ein harter Tobak. Ja, das ging mir auch so, ja. Ich habe am Anfang tatsächlich so gehofft, okay, das ist vielleicht so die Rückbesinnung zur Brandschen Synchro. Das war dann leider auch nicht der Fall. Nee, das war, also am Anfang dachte ich, das wäre nur bei dem Helferlein, bei dem Kollegen vom Hauptdarsteller, der ihm da so ein bisschen hilft bei dem Einsatz. Und dann hat sich das auch leider so durchgezogen. Ich habe geguckt, ob es beim Screener die Möglichkeit gibt, mit Untertiteln, das gab es nicht. Man sollte, wenn man ihn sich den Film anguckt und es nicht im Kino ist, sollte man auf jeden Fall es auf Koreanisch stellen. Und ich fand auch, es war alles an den Haaren herbeigezogen. Also der random Typ mit seinem Schneidbrenner, das war schon völlig komisch. Und dann war ja schon zu dem Zeitpunkt bekannt, dass die Seuche umgeht und das ist total gefährlich und er lässt alle raus. Er lässt alle raus. Alle sind am Husten, allen geht es scheiße. Kommt, scheißegal, das macht euch einen schönen Tag. Irgendwie auf nach Seoul und dann wird das verbreitet. Aber das war, es war alles irgendwie Murk. Sondern ich hatte auch kein Zeitgefühl. Also irgendwie plötzlich hatten sie, die ganze Stadt ist abgeriegelt. Überall sind Notfalllager medizinisch fantastisch ausgestattet. Und von jetzt aus gleich. Und diese Riesengrube für die Leichen, ich weiß auch nicht. Das war alles, es war alles einfach da. Und man mischt es ja tatsächlich auch noch mit aktuellen Trends. Da gibt es dann später im Verlauf des Filmes, ohne es großartig zu spoilern, handlungstechnisch so leichte Last of Us-Vibes, wo dann eine gewisse Person so dieses Antikörper entwickelt hat. Und dann ist man natürlich hinter dieser einen Person her. Stimmt, ja, ja, ja. Du hast recht. Oder du hast später, obwohl das bekannt ist, dass diese Seuche da um sich grasiert, so eine Szene, da ist dann einer im Supermarkt und fängt richtig derbe an zu husten. Keiner gerät in Panik und der eine geht dann hin zu ihm, ey, komm, lass mal weiterarbeiten. Und dann ist diese Sache, obwohl er gefühlt drei Minuten lang rumhustet und alle infiziert, schon wieder aufgeklärt und aufgedröselt. Ja, okay, alles in Ordnung. Er hat jetzt nur alle angesteckt, aber lass mal weiterarbeiten. Ja, ja. Also wirklich sehr absurd. Und wie es ist, am Anfang, abgesehen von der Synchro, hätte es noch so ganz gut sein können. Das ist irgendwie, die kommen an eine Unfallstelle und er seilt sich ab, rettet, erste Szene, fast die erste Szene, rettet die Frau. Die Frau kriegt auf den Sack, weil die Frau ist Ärztin, Virologin und hat ihre Forschungsarbeiten verschlammt. Also, finde ich verschlammt, Entschuldigung, verloren in dem Loch. Und der Rettungsdienstleistende, der ist so eine Mischung aus Rettungsdienst und Katastrophenschutzhilfe. Ich weiß nicht, wie sich das da, also ich kenne bei mir keine Rettungsdienstler, die auch solche Löcher runterseilen, aber es ist eine gute Kombi-Ausbildung, wie es scheint. Und der holt dann natürlich noch die Forschungsarbeiten. Natürlich. Er sagt dann natürlich auch noch, ich bin was Besseres als ein Arzt, ich kann viel mehr. Ja, geile Rollenbeschreibung. Ja. Das ist quasi die koreanische Antwort auf MacGyver gewesen. Ja, genau. Er hat alles. Und vor allem, am Anfang denkst du dann noch, ja, was eiern Sie da mit der Tasche rum? Da kommt dann ja noch die neunmal kluge Tochter dazu. Oh mein Gott, ja. Die dem dann auch dann noch belabert, so, ja, ähm, hier, du gibst mir jetzt aber deine Visitenkarte, wenn in der Handtasche meiner Mutter was fehlt. Wir werden die verklagen. Ja, die war auch richtig. Und er dann so, ja, irgendwie, du bist echt die Tochter deiner Mutter. Also ich muss nicht fragen, mit wem du verwandt bist. Okay. Ab diesem Zeitpunkt war aber auch klar, in welche Richtung, mit welcher Tendenz sich dieser Film entwickeln wird. Und das fand ich sogar noch viel, viel schlimmer, weil bis zu dieser Szene, die du gerade beschreibst, waren ja gerade mal gefühlt 20 Minuten um. Mhm. Ja, und der Film hat ja eine Laufzeit von, äh, zwei Stunden. Lass mich nicht lügen, zwei Stunden, ne? Und das finde ich, das fand ich richtig, richtig schrecklich. Ja. Vor allem diese reingepresste Romanze dann noch, die irgendwie so gar nicht reinpasst. Nur damit unser Hauptdarsteller ein bisschen motiviert durch die Gegend trennt. Ja, das fand ich auch. Das war so, irgendwie, irgendwie musste man so ein bisschen Spannung erzeugen. Und natürlich, man sieht's da so ein bisschen im Trailer und auch auf den Post dann, das Kind ist irgendwie wichtig. Ähm, das Kind ist super wichtig und, ähm, was mir aufgefallen ist, und jetzt gerade, weil wir, wir haben das jetzt alle, wir müssen alle Masken tragen, viele sogar auch, auch beruflich. Ähm, Benedikt und ich zumindest arbeiten beide im Krankenhaus. Ähm, Patrick nicht, ne? Patrick? Nein. Nee, genau. Aber ich muss beim Arbeitsalltag auch locker. Genau, du trägst ja auch deine, deine Maske. Aber, was mir aufgefallen ist, immer wenn es ernst wurde, haben die ihre Masken abgenommen, um sich zu unterhalten. Wenn der Schiff, wenn der Schiff richtig serios wird. Das ist wie im Anime, wenn die Steine anfangen zu schweben, dann wird's richtig ernst. Und da war's, ähm, wenn die ihre Masken abnehmen, dann geht's um richtig wichtige Themen. Um dann auch nochmal schön, äh, über Tröpfchen, Infektionen, das Ganze zu verbreiten. Das ist völliger, völliger Schwachsinn. Hat mich echt, echt aufgeregt. Was mich gewundert hat, wir hatten ja auch schon über diese, diese zeitliche Entwicklung gesprochen. Gefühlt fühlt sich das so an, als wäre das innerhalb von 24 Stunden, dieser Film. Genau, so Nachmittag. Nicht wahr? In Korreger. Ja, genau, so Nachmittag. Ja, ist tatsächlich ja so. Und das ist insofern ja total grotesk, weil mich auf einmal gewundert hat, okay, wenn der Film in China spielen würde, irgendwie in so einer Metropole, wie zum Beispiel auch Hongkong oder so, wo die Luft ja echt, äh, verschmutzt ist, da könnte ich ja verstehen, wenn alle auf einmal mit einer FFP2 oder 3 Maske rumlaufen, weil in Seoul erwartet man das nicht. Und auf einmal läuft die halbe Stadt da, ja, immerhin 500.000 Einwohner sind das in diesem Vorort, ähm, laufen auf einmal alle mit einer Maske rum. Einige auch mit total abgespaceden Masken, das sind alles, äh, standardisierte FFP2 bis 3 Masken. Wo haben die die her? Also, was haben die für ein krasses Management gehabt? Da könnte sich unsere Regierung, oder zumindest die Regierung beispielsweise auch der Vereinigten Staaten von Amerika, unsere hat es eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt, die könnte sich da einiges abschneiden. Die hat einfach mal so 500.000 Masken lockerflockig dieser Bevölkerung zur Seite gestellt. Und die sind safe. Das stimmt. Und trotzdem führen die so krasse Quarantänemaßnahmen in diesem Film durch, wo ich mir einfach nur dachte, was geht denn jetzt ab? Ist das hier die koreanische Variante von Schindlers Liste? Die werden hier gerade alle gefühlt nicht in Quarantäne gestellt, sondern die werden in eine Art Gefangenenlage gebracht. Das fand ich auch richtig krass. Und dieser Präsident, also das war ja ein unfähiger Charakter. Also, es waren nicht nur übertriebenste Bösewichts-Vibes, die der da hatte, sondern was der da um sich wirft, das lässt sogar einen Donald Trump wie ein gutmütiges Kind aussehen. Aber das ist so dieses klassische koreanische Ding. Die haben ja, also es gibt, zumindest jetzt, wenn man sich andere Korea-Filme anguckt, The Host zeigt das ganz groß, dieses Problem der Amerikanisierung. Und die Koreaner haben anscheinend da ein großes Problem mit und üben immer gerne so ein bisschen Kritik aus an den Amerikanern, was ja auch berechtigt ist, machen ja nicht nur die Koreaner. Aber das war auch, Junge, Junge, so ein überzeichneter Charakter, richtig nervig. Und irgendwie darf plötzlich niemand mehr entscheiden, außer die Amis. Und dann ist aber doch alles cool. Und das war doch sehr anstrengend. Und auf einmal sind überall Massenaufstände, die er dann natürlich auch noch unterbinden will. Ja, das war alles irgendwie ein bisschen wildes Durcheinander. Und die Aneinanderreihung an Zufällen, die ist mir auch ein bisschen zu blöde. Und unser Hauptdarsteller ist natürlich zu keiner Sekunde in großartiger Gefahr, obwohl er immer in der Scheiße drinsteckt. Überhaupt nicht, ja, das stimmt. Alle husten ihn an, alle spucken ihn an, alle treten auf ihn ein, er kriegt Blut ab, aber infizieren keine Chance. Er nicht, er nicht. Und er versucht ja auch, erst mal eine Stahltür einzutreten. Davon humpelt er auch nicht. Stimmt. Er blutet so ein bisschen und sagt dann auch, okay, ja, war eine scheiß Idee. Dann kommt auch schon der Freund mit dem Stahlschneider. Und dann kriegen sie das auch schon hin. Stimmt, er hat ja gegen dieses Tor getreten. Genau. Oh ja, wie dumm. Dem hilft auch viel. Wie dumm. Entschuldigung. Das war ziemlich retardiert. In dem Moment habe ich gedacht, okay, kriegt er jetzt seine Enzephalitis? Ist das vielleicht ein Virus, das das Gehirn angeht? Eventuell ist er doch schon infiziert. Ich habe auch kurz überlegt, okay, kommen Zombies, kommen keine Zombies, aber wir können euch beruhigen. Es ist in Anführungsstrichen basiert auf der Realität. Ja. Und diese Anhäufung von Zufällen. Am Anfang, okay, die werden da verschifft und einer flieht und so, der, der krank ist und der landet dann in diesem Vorort von Seoul. Und dann trifft er, also erst mal rettet ja der Typ die Frau. Die Frau, die Tochter von der Frau trifft zufällig, weil sie alleine, alleine in dieser großen Stadt, äh, ein großer Vorort, die spielt einfach alleine irgendwo, ähm, mit acht oder neun, trifft dann diesen Verseuchten, der verschwindet dann wieder, steckt weiterhin alle an, dann treffen die sich aber trotzdem wieder, er hilft ihr irgendwie aus der Patsche und die Tochter geht tausendmal verloren, wird aber immer wieder gefunden, selbst in diesen Massenaufständen wird sie nicht umgeschubst oder sonst was, sondern nur so sanft vor sich, vor, 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 an den anderen hergeschoben. Also, das kann, das, weiß ich nicht, Bullshit, ganz ehrlich. Ja. Der wirkt so, als wäre er extra zur Corona-Krise geschrieben worden, aber es ist leider noch schlimmer, ist es nicht so, ähm, er ist tatsächlich schon sieben Jahre alt. Ja, das macht's noch schlimmer. Und ich hab hier bei diesem Film das Gefühl, dass was bei J.J. Abrams so der Lens-Flair ist, das ist bei Kim Sung-Soo, ähm, tatsächlich so diese Zufälle, mit denen sich dann alles irgendwie klärt, zufällig passiert dann das, damit er dann auf einmal da entkommt, zufällig ist er da an dem Ort, zufällig findet die Kleine diesen Charakter, zufällig sind die alle im selben Kaufhaus und zufällig ist dieser Präsident gerade in der eskalierenden Situation. Gott sei Dank. Alles so Zufall gesteuert. Ja. Und? Aber, ja. Ja, bitte, mach, 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 mach. Nee, sag du erst mal, weil ich wollte eventuell sogar mal was Positives sagen. Ach so, ja, ähm. Oh, oh, oh. Es kommt, und jetzt, ja, man kann nicht viel spoilern irgendwie, aber es kommt irgendwann dazu, dass, du hattest ja schon gesagt, es werden, eigentlich werden alle verbrannt, die infiziert sind, weil niemand sich zu helfen weiß, was auch schon völlig absurd ist. Und dann sind da wirklich tausende und abertausende Leichen. Und er findet trotzdem die Kleine, die eingeschweißt ist in einem Plastiksack, findet sie trotzdem lebendig, weil das Handy klingelt. Er hört das Handy, er findet sie, und das ist halt, das war noch, das ist das Dümmste eigentlich. Da dachte ich mir nur, okay, das kann nichts werden. Also, das ist so ein Schwachsinn. Das ist das bezeichnendste Beispiel dafür, dass dieser Film einfach alle Handlungsstränge genau so gewollt geschrieben hat, dass sie nur zu einem möglichen Ende führen können. Und das ist halt total schrecklich, weil das über zwei Stunden sich herzieht. Ja. Aber jetzt wollte ich gerne was Positives sagen, was mir tatsächlich aufgefallen ist. Deswegen habe ich mich auch direkt gemeldet, wahrscheinlich ihr beiden euch auch, weil der Trailer, der sah ja schon an sich so, der sah ja nicht schlecht aus. Der hat ja schon Bock gemacht auf diesen Film, nicht zuletzt, weil auch das Bildmaterial selber und da insbesondere manche Kameraführung, aber auch das Colorgrading von diesem Film mir richtig gut gefallen hat. Also, da ist tatsächlich so eine gewisse, nicht apokalyptische Stimmung, aber schon so eine gewisse Katastrophenfilmstimmung aufgekommen und aufgekeimt, die aber dann, wenn man den ganzen Film über zwei Stunden gesehen hat, komplett niedergewalzt wurde durch eben genau diese Kritikpunkte, wie wir sie jetzt gerade lang und breit diskutiert haben. Ja, das stimmt. Aussehen war es nicht schlecht, das sah echt so ganz gut aus. Optik, die kann man hier echt nicht bemängeln, nur die ganzen anderen heuprigen Inszenierungssachen. Ja, die machen es halt völlig kaputt. Wenn man mal vom CGI-Feuer und Rauch absieht und CGI ist ja nicht so die Stärke der Asiaten, sah das schon ganz gut aus und schön eklig, auch vom Make-up und so, das war schon völlig okay. Ja, und trotzdem, manchmal hast du bei den Hauptdarstellern dann das Gefühl, dass die ein bisschen zu viel Louis Define gesehen haben, so wie die sich ja teilweise durch die Handlung grimassieren. Ja, vor allem der Kollege von dem Hauptdarsteller. Das stimmt schon. Das war so ein idiotischer Sidekick, der dumme Sprüche klopft und am Ende irgendwie, und das ist auch kein wirklicher Spoiler, aber irgendwie doch überlebt. Ja. Irgendwie. Er ist halt immer da. Ja, leider. Also, ich würde sagen, wir verlieren uns nicht weiter im Diss gegen diesen Film. Es lädt halt dazu ein, weil er wirklich so hohl ist und so irgendwie undurchdacht und schnell hingeklatscht halt einfach. Ähm, ist leider so. Abschließend, weiß ich nicht. Ähm, was gibt man da? Fünf von fünf, äh, wie, fünf Punkte, wie viele Viren? Viruspartikel. Ja, ja, genau. Wie viele Viruspartikel gibt ihr und was habt ihr noch abschließend zu sagen? Wie viele kann man maximal geben? Fünf. Worauf einigen wir uns? Fünf, okay. Null bis fünf. Okay. Ja. Stille sagt auch was, oder? Hau rein, Benedikt. Ja, also, ich gebe dem Film Pandemie einfach mal nur zwei von fünf möglichen Punkten. Zwei, weil mir die Optik tatsächlich gut gefallen hat. Aber die restlichen drei Punkte verliert der Film in seiner unstrukturierten und de facto nicht wirklich liebevoll erzählten, ähm, ja, Handlung, Story. Der war einfach zu schwach, zu dünn, zu billig erzählt. Die Synchro war, äh, zum Himmel stinkend und, äh, insgesamt keine Empfehlung für den Kinobesuch und für die Heimkinoempfehlung, nur für die übelst krassen Hardcore-Asia-Fans unter euch, eventuell zu empfehlen. Mhm. Patrick? Ich hab das Gefühl, dass ich hier einen Film gesehen hab, der vielleicht irgendwann bei Schleefast verwurstet wird. Also, Trash-Film-Fans könnten damit deutlich mehr Spaß haben als Leute, die den Trailer gut fanden. Unter der Berücksichtigung, dass das vielleicht ein Trash-Film ist, dann macht der Film durch seine vielen Logiklöcher dann irre viel Spaß. Aber wenn man das jetzt als seriösen Film sieht, dann bleib ich auch bei den zwei von fünf Hustenanfällen oder Viren. Ja, ja, seh ich auch so, lustig, ähm, ja, ich mach auch zwei von fünf. Ähm, und alles, was ihr gesagt habt, kann ich nur so, kann ich nur so unterstützen und muss nicht nochmal wiedergeben, es ist einfach relativ plump, leider. Und ich seh grad noch so ne Catchphrase von dem Film, death goes viral, das, ähm, wirklich ich abschließend gerne nochmal betonen. Ähm, ja, und damit, ähm, sind wir durch mit The Flu, Pandemic, Pandemie oder Gumgi, wie auch immer in diesem Film. Oder, oder Coronavirus, der Beginn der Epidemie in Mexiko, wenn ich das als Funfact noch einwerfen darf, da haben laut einem interessanten Wikipedia-Eintrag, nämlich Raubkopierer im Zuge der Covid-19-Pandemie ein neues Cover entwickelt für eben diesen Pandemie-The-Flu-Gumbi-Gar-Film und haben den unter dem Titel, ähm, äh, Coronavirus-El-Incio della Epidemia veröffentlicht, was so viel heißt wie der Beginn der Epidemie, was ich ziemlich, ziemlich lustig finde und natürlich genauso verwerflich. Absolut, absolut. Oh Mann, ey. Und abschließend zum Schluss, und dann verabschieden wir uns auch, ähm, es ist übrigens ein, äh, ein mutiertes Vogelgrippe-Virus, das innerhalb von ein paar Stunden so massiv mutiert, dazu möchte ich mich jetzt weiter nicht äußern und wünsche euch noch einen schönen Abend. Es hat mir viel Spaß gemacht. Bis dann. Haut rein. Ciao. Tschüss. Willkommen, liebes gesundheitsbewusste Publikum. Ich bin Christopher, an meiner Seite ist Werner. Hallo. Und wir sprechen heute über die Dokumentation Sein. Gesund, bewusst, lebendig. Sie ist ab null Jahren freigegeben, hat eine Laufzeit von einer Stunde und 46 Minuten, erscheint am 6. August 2020 in den Kinos und Regie führte Bernhard Koch. Werner, was erwartet uns in Sein? Ja, an erster Stelle steht die Frage, was ist ein gutes Leben und da geht es dann halt eben ums Thema Heilung, gesunde Ernährung, Yoga und diesbezüglich werden dann verschiedene Fragen gestellt. Da gibt es Interviews. Das klingt ein bisschen durcheinander, aber spiegelt wiederum auch ein bisschen die Doku wieder, um mal so viel zu sagen. Ja, im Zentrum stehen hier auch fünf verschiedene Menschen, die einem ihr Schicksal erzählen und sagen, dass sie von Krankheiten geplagt wurden, dass sie einen Unfall hatten, dass ihnen Dinge geschehen sind, die sie halt zum Umdenken bewegt haben, was ihren Lebensstil und insbesondere ihre Ernährung betrifft. Und diese fünf Menschen zeigen uns dann verschiedene Dinge, die ihren Lebenswandel gesünder gemacht haben. Sie machen Yoga, sie probieren Heil- und Wildkräuter aus, vegane Ernährung, Meditation, Sport und all das. Ja, aber wie soll man sagen, sehr überzeugend wird das Ganze leider nicht drüber gebracht, um mal so viel direkt zu sagen. Nein, es ist eigentlich etwas, was man auch so im Nachmittagsprogramm bei 3SAT oder Bayern 3 in einem 20-minütigen Beitrag sehen könnte. Schön, dass du das sagst. Ich musste da nämlich auch an ARD und ZDF denken. Ja, das fällt sehr schnell auf. Diese Laufzeit von weit über 100 Minuten ist hier absolut nicht gerechtfertigt. Nein. Und ich bin auch ein bisschen verblüfft, als ich den Film gegoogelt habe, wurde mir auch direkt ein Kino angezeigt, das den im Programm haben wird. Weil normalerweise bei derart obskuren Dokumentationen findest du kaum oder überhaupt kein Kino, das den zeigt, weil mal ehrlich, dass jemand tatsächlich den vollen Preis für eine Kinokarte löst, um das hier anzusehen, das sage ich als absoluter Kinoporist, das ist eine Frechheit. Weil das hier ist wirklich ein Fernsehbeitrag gestreckt auf die Laufzeit eines Films. Du hast diese Interviews mit diesen Leuten, die durch ihren Garten latschen, über die Straße gehen mit dem Hund oder einfach nur da sitzen und dann halt von dem erzählen, was sie so dazu bewogen hat, ihre Ernährung umzustellen. Das Ganze wird unterlegt mit einer schnell nervenden Akustik-Gitarre, wenn man immer so eingeschobene Szenen hat von Wäldern, Flüssen und was sonst noch irgendwie beruhigend wirken kann. Das hier ist vom Handwerk das wirklich aller, aller simpelste, was man in der Hinsicht nur machen kann. Und das ist vielleicht bei dem Thema irgendwo gewollt, dass der Regisseur dann nicht irgendwie flashy, crazy werden wollte. Aber es ist eine sehr, sehr zähe Prozedur für den Zuschauer. Aber eins muss man dem Film auch positiv anmerken, was du nämlich gerade erwähnt hast, dass es eine ganze Menge an Locations gibt. Also man ist nicht nur in einer Ortschaft oder in einer Halle oder sonst irgendetwas, sondern man wechselt wirklich von einem Ort zum anderen Ort, beschäftigt sich mit verschiedenen Bereichen. Also es geht um Yoga, es geht um Kräuter, es geht ums Fasten, Krebs wird angesprochen oder auch mal ein Tumor im Magen, der dazu geführt hat, dass die Person ihr Ernährungsstil ändert. Und von dem her ist auf jeden Fall für Abwechslung gesorgt auf dem Papier. Aber in der Praxis wird das Ganze so monoton umgesetzt, dass man von jedem Thema im Prinzip die gleiche Formel abbekommt. Ja, das, was man noch hervorheben kann, ist das, was die Leute sagen, durchaus so vernünftig klingt, also Hand und Fuß hat bezüglich, wie verschwenderisch wir doch mit dem Leben umgehen und dass gesunde Ernährung nicht dafür sorgt, dass wir uns fitter fühlen, sondern generell alles umkrempeln kann, wenn man einfach im Alltag mehr Energie hat. Das fand ich gut, dass die Art und Weise, wie diese fünf Personen das geschildert haben, sehr bodenständig blieb. Da wurde jetzt keiner zu abgedreht New Age-artig, bis auf diese erste Frau, die vom Yoga erzählte und sagte dann, und bei bestimmten Momenten im Yoga ist sie so sehr eins mit ihrer Umgebung, nicht nur eins mit anderen Menschen, sondern auch mit den Tieren und dem Kosmos. Da dachte ich, oh je, wenn das jetzt in dem Ton weitergeht, ging es aber zum Glück nicht. Nee, also man ist zum Glück, wie du sagst, schön auf dem Boden geblieben, aber das wiederum, muss ich sagen, hat die Doku auch nach unten gezogen, weil das Ganze dann einfach zu monoton und zu langweilig dargestellt wurde. Also man kriegt in dem Sinne nichts anderes wie Monologe von den betroffenen Leuten, die einfach nicht mehr zu bieten haben. Also es sind keine Dialoge, es sind keine großen Vergleiche, sondern wirklich Monologe, die man da hört. Und das langweilt ziemlich schnell, auch wenn es verschiedene Leute mit verschiedenen Themen sind. Das war auch noch ein Punkt. Ich fand, die Leute waren gar nicht mal so unterschiedlich, da hätte man eigentlich die ein oder andere Figur weglassen können. Du hattest, glaube ich, diese Frau, die erzählte, dass sie einfach sich in ihrem Alltag zu sehr überanstrengt hat und ihr Arzt hat dann gesagt, sie sollte mal ein bisschen runterfahren und mal was anderes machen, sonst besteht halt die Gefahr eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls. Und dann hattest du diesen anderen Typen davor, der mehr oder weniger das Gleiche hatte. Auch durch Überanstrengung ist ihm irgendwas zugestoßen und das hat ihn dazu bewogen, halt vegan zu kochen, mehr frische Zutaten aus der Natur zu holen. Und ich dachte mir, Moment, jetzt hören wir seine Geschichte und dann hören wir ihre Geschichte. Wo ist jetzt hier der große Unterschied und warum sind jetzt beide so wichtig, dass die in diesen Film gehören? Ja, also in manchen Punkten ist es, wie du sagst, wo ist da der Unterschied? In anderen Fällen fragt man sich dann, wo ist da der Zusammenhang? Und man wird einfach von einem Thema ins nächste geschmissen, ohne dass es da einen richtigen Übergang gibt. Also einfach nur, man könnte fast sagen, Cut, nächstes Thema, Cut, nächstes Thema. Und man sieht da einfach keine Zusammenhänge. Und was die verschiedenen Charaktere angeht, wie du gesagt hast, die verschiedenen Personen, ja, da hätte man zum einen was weglassen können. Aber was mich da ein bisschen gestört hat, ist das Alter der Leute. Weil größtenteils wurden dort, ja, ziemlich Erwachsene bis alte Menschen interviewt. Also geschätzt 40 aufwärts. Und da hat einfach auch ein bisschen eine jüngere Zielgruppe gefehlt, um das mal so zu sagen. Aber da sind wir wieder beim Thema monoton, weil das dann meiner Meinung nach eben auch die Zielgruppe ist. Stichwort alte Menschen, weißt du? Da kann man sich als junger Typ nicht wirklich mit identifizieren. Absolut. Wobei ich sagen würde, Leute in dem Alter, die für sowas ins Kino gehen. Ja, es gibt Leute in dieser Altersstufe, die sind, wie soll man sagen, relativ leicht zu unterhalten. Die haben nicht große Ansprüche daran. Aber selbst für die, also da gibt es Beiträge im Nachmittagsfernsehen, die vermitteln einem exakt das Gleiche. Die dauern halb so lange und da spart man auch eine Menge Geld mit. Also es gibt solche Videos in den 6-Uhr-Nachrichtungen oder vielleicht mal bei Punkt 12. Die gehen drei bis fünf Minuten und vermitteln ganz genau das Gleiche, ohne viel Schnickschnack. Also von dem her, ja, das ist absolut langgezogen und auf jeden Fall kein Kino-Ticket wert. Kein Kauf bei Amazon Prime irgendwo online oder auf DVD wert, wenn du mich fragst. Und so etwas kannst du dir mal anschauen, wenn es irgendwo im TV läuft. Aber selbst dann muss man das nicht wirklich sehen. Nein, denn es zehrt auch an den Kräften. Ich muss auch zugeben, dass mir so, glaube ich, für fünf Minuten die Augen zugefallen sind, weil ich echt einfach nicht mehr konnte. Und außerdem kommt das an manchen Stellen auch so schrecklich bedeutungsschwanger daher. Dann spricht dann eine Frau darüber, dass die schnelllebige Zivilisation ja einen dazu verführen kann, eben so einen ungesunden Lebenswandel zu haben. Und dass das früher ganz anders war, das Verhältnis zwischen Mensch und Nahrung. Und das wird dann auch in dem Trailer dazu so breit getreten. Und du denkst, der Film hat irgendwie einen übergroßen Punkt oder auch etwas gesellschaftskritisches, wo er hin will. Aber es ist, wie du schon gesagt hast, da werden Interviewfetzen an Interviewfetzen geschnibbelt. Dann gibt es zur Entspannung oder eben zum Wieder-runter-Kommen nach dem ganzen Gesülze hin und wieder Bilder von Wäldern, Flüssen, Feldern. Und dann kommt die nächste Person rein. Und erzählt eigentlich schon wieder das Gleiche, nur in variierter Form. Genau. Und was mir halt eben auch gefehlt hat, sind Zahlen, Daten, Fakten, was für mich das Wichtigste bei Dokumentationen ist. Da gibt es einfach nichts in dieser Hinsicht. Und das ist für mich ein riesiges Minus, muss ich zugeben. Weil wenn ich eine Dokumentation sehe, gerade im Bereich Gesundheit, Ernährung etc., dann muss man doch ein bisschen mehr Fakten reinbringen, als einfach nur Interviews, Meinungen und die Wege dorthin. Das Gleiche zum Beispiel auch bei dem Thema Wildkräuter, was da ja aufgegriffen wird. Da gibt es einen, der geht oft in die Natur oder was heißt so oft eigentlich immer, geht raus in den Wald, pflückt sich hier was Grünes, da was Grünes. Vieles davon kann man natürlich als Kräuter identifizieren, das passt. Aber dann gibt es da ein paar Dinge, die er sich aus der Wildnis holt, große grüne Blätter und du fragst dich, was genau soll das sein? Wie schmeckt es? Was bringt es dem Körper? Was hat es damit auf sich? Nein, der nimmt es, schlingt es kurz runter, fertig. Das stimmt, da hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht, dass hier eigentlich nur Subjektives präsentiert wird. Ja, genau. Ja, nur die Ansichten dieser Leute, die einem erzählen, wie viel besser ihr Leben geworden ist, seit sie sich ihr Mittagessen vom Baum pflücken. Das trifft. Und ich war halt eben deswegen so enttäuscht, weil ich muss selber ein bisschen mal was für meine Figur tun. Also nicht nur wegen Corona, sondern allgemein muss ich mal was machen und habe gedacht, gut, okay, vielleicht kann mir diese Doku ja ein bisschen was vermitteln, einen Tipp geben, motivieren. Aber nee, da habe ich nichts draus gelernt, keine nützlichen Infos, gar nichts muss man sagen. Also da muss ich wirklich mir andere Quellen suchen, was die Motivation für eine bessere Ernährung angeht. Und das hat mir da nicht wirklich viel gebracht. Ja, im Großen und Ganzen, was man hier präsentiert bekommt, wäre das, was man bei einer einfachen Google-Suche gesündere Ernährung auch präsentiert bekäme. Einfach Finger weg vom Zucker und von fettigen Sachen, mehr Obst, mehr Nüsse, mehr Gemüse und Obst. Wow. Und dafür so ein Film. Ein bisschen Yoga und fertig. Ich meine, vor allem, wenn du halt eben wirklich bedenkst, das sind über 100 Minuten, was man hier gezeigt hat. Und das ist fast das größte Problem, was ich damit habe, weißt du? Einfach wenig Inhalt über eine zu lange Zeit, das funktioniert nicht. Und wenn man bedenkt, dass das, wie du sagst, im Kino läuft und man dafür auch noch Geld zahlen soll, nein, also da gibt es nicht ein überzeugendes Argument dafür, kann man direkt so sagen. Ja, also Leute, macht euch einen grünen Smoothie und geht mal joggen, dann habt ihr auch schon das Wichtigste aus dieser Doku für euch mitgenommen. Oder ihr wisst einfach, die anderen Dokus besser zu schätzen, die es eben gibt, weil da gibt es auf Amazon Prime, Netflix oder überall gibt es bessere Dokus, sei es jetzt Super Size Me, Vollverzuckert und so etwas. Das sind Dokumentationen im Bereich Lebensmittel und dergleichen. Die sind unterhaltsam, die zeigen einen etwas, Zahlen, Daten, Fakten und da kannst du auch wirklich was mitnehmen. Und das ist hier einfach, ja, man könnte fast sagen, null der Fall. Das ist einfach nur Gelaber, Interview, Ende. Exakt. Und darum kommen wir jetzt auch zum Ende und zu unserer Punktevergabe. Du kannst vergeben 0 bis 5 Ingwer-Fenschel-Tees. Okay, ich vergebe 1,5 Ingwer-Fenschel-Tees, weil es einfach nichts oder kaum etwas Gutes, dafür aber viel Negatives gibt und es ist nicht mal unterdurchschnittlich, es ist schlecht. Ja, ich bin da sogar noch ein bisschen drastischer. Ich gebe nur einen Ingwer-Fenschel-Tee, weil diesen einen gebe ich für die Sachen, die da gesagt werden, sind ja durchaus vernünftig. Also wenn man jetzt wirklich komplett blauäugig ist und man hat überhaupt keine Ahnung von gesunder Ernährung, wie auch immer das sein kann, wenn man über das Internet verfügt. Aber wenn man wirklich null Ahnung hat und man sieht diese Doku, dann könnte man was daraus für sich mitnehmen. Für jeden anderen ist das reine Zeitverschwendung. Kann man so nicht anders sagen. Absolut. Dann wollen wir uns bedanken für das Zuhören und Leute, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Diese Doku hier muss es euch nicht sagen. Nee, das weiß jedes Kind, was gesund ist und was nicht. Genau. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.